Musik Und wir kriegen einen guten Start von den Mannen mit Nummer 2 und mit Jan Geert. Achter Nagebleven durch 15, 3 und 7. Für die Nummer 15 ist das das Don Willemse. Für die Nummer 3 ist Jan Verrechter. Für die Nummer 7. Für die Nummer 3. Für die Nummer 1. Wir lesen. Für die Nummer 5. Für die Nummer 3 ist das Haus 1. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die werden nach der Runde Nach der Runde wird der Runde mit Nummer 8 Die werden nach der Runde Nach der Runde wird der Runde mit Nummer 30 Dann bekommen wir auch Stef Pijers Nach der Runde Die werden nach der Runde mit Nummer 20 Die werden nach der Runde mit Nummer 29 Auf die erste Runde, der Nummer 18 Jan van Rompuy mag noch altijd rekenen op de steuung Und für unsere Supporters ein Ingang Laatste Ronde für Jan von Rampai. Ingang Laatste Ronde für Kevin Seltsen mit Nummer 11. Ingang Laatste Ronde für Nummer 8. Michiel van der Sande. Of het is het nummer 6, Wester Gijsbrecht. En hier krijgen we dan de overwinnaar van het begin tot het einde aan de leiding gefilmd. En verdient winnaar hier vandaag de Heerentoud met het nummer 28 voor Kippen. Op de tweede plaats krijgen we zo dadelijk Koen Dils met het nummer 4. Einde van de wedstrijd, ook voor de man met het nummer 10. Met het nummer 10 is dat Gijsabijak, Tom Willemsen. Einde van de wedstrijd, ook voor deze runners. Einde van de wedstrijd, het nummer 5, Kevin van Loveren. Dan krijgen we ook nog, met het nummer 8, Michiel van der Sande. En op de vierde plaats, Jasper Jaspers. Op de zesde plaats krijgen we met het nummer 9, Mike Vrijs. En op de zevende plaats, de man die ook mag blikken op een goede wedstrijd. Deed een prachtige remonte is dit geloond. Met de zevende plaats, met het nummer 16 is dat Lory Bastia. Einde van de wedstrijd, voor het nummer 17, Peter Vochten. Dan krijgen we ook nog het nummer 13, Thijs Renner. En de man met het nummer 30. De volgende renner die de wedstrijd beëindigt, is Stef Beijers. Met het nummer 7. De volgende renner die de wedstrijd beëindigt, is Stef Beijers. De volgende renner die de wedstrijd beëindigt, is Stef Beijers.